Die Aktivistengruppe Extinction Rebellion hat am frühen Montagmorgen in Berlin ihre Protestaktion für mehr Klimaschutz gestartet. Wie hier an einer Kreuzung im Berliner Ortsteil Mitte wollen die Anhänger der Bewegung Verkehrsknotenpunkte in der Hauptstadt besetzen. Die Proteste sollen mindestens eine Woche lang andauern. Aktionen soll es unter anderem auch in London, Paris, Madrid, Amsterdam und New York geben. Extinction Rebellion, was auf Deutsch so viel bedeutet wie Rebellion gegen das Aussterben, kommt ursprünglich aus Großbritannien. Die Bewegung fordert unter anderem, dass die nationalen Regierungen sofort den Klimanotstand ausrufen. Anders als andere Bewegungen wie etwa Fridays for Future sind sie nach eigenen Angaben bereit, Gesetze zu brechen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017